So, wir üben das 1x2. Fangen wir an. Hier das 2. Es kommen nur Aufgaben aus dem 2 und nur 1x2 Aufgaben, also Malaufgaben. Ich sage die Aufgaben, ihr lest die ruhig ab. Jetzt kommt die erste Phase, die zweite Phase, ihr guckt dann später nicht hin. Ich sage die Aufgabe und die Antworten. Ich lasse immer eine kleine Pause und ihr müsst versuchen schneller und vor allem richtig zu antworten, schneller als ich. Gut. Und los. 5x2 gleich 10 9x2 gleich 18 0x2 gleich 0 5x2 gleich 10 10x2 gleich 20 9x2 gleich 18 0x2 gleich 0 9x2 gleich 18 6x2 gleich 12 6x2 gleich 12 10x2 gleich 20 10x2 gleich 20 2x2 gleich 4 So, jetzt haben wir schon fast 2 Minuten durch. Ihr habt gemerkt, manchmal wiederholen sich die Aufgaben. Man muss sich mächtig konzentrieren, aber ich hoffe, es hat euch geholfen. Dann gucken, hier kommen zum Schluss dann links zu den 1x3, 1x4 und so weiter und so fort. Oder ihr guckt gleich in die Playlist und sucht euch die richtigen Aufgaben raus. Es gibt auch geteilt durch Aufgaben, es gibt auch Quadratzahlen und so weiter. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wir werden dieses 1x2 noch ergänzen, noch schneller, noch schneller, noch schneller und so weiter. Aber schaut mal an den Anfang des Videos, nicht das Video, sondern der Playlist, da ist ein Video, wie das nochmal erklärt ist, wie man das grundsätzlich übt und wie man das dann auch besser reinkriegt. Bis denn, tschüss.